Heute lasse ich mein Seepferdchen schwimmen. Was hat denn ein Seepferdchen mit deiner Gesundheit zu tun? Vielleicht hast du ja schon das Video über die heimliche Königin angeschaut. Da spreche ich ja von der heimlichen Königin im Gehirn, die Amygdala, unsere Angstzentrale, die es schafft, unseren Körper in eine Blockade zu setzen. Unter anderem eines der allerwichtigsten Gehirnareale, das davon sehr betroffen ist, das ist unser Hippocampus. Und auch den Hippocampus, den hast du wie die Königin Amygdala, wie deine Angstzentrale, zweimal in deinem Gehirn, einmal in deiner rechten und einmal in deiner linken Gehirnhälfte. Und das Seepferdchen wurde Seepferdchen genannt, als es entdeckt wurde, weil es nämlich die Form eines Seepferdchens hat. Also dieses Gehirnareal sieht aus wie ein Seepferdchen. Darum wurde es Hippocampus genannt. Hippocampus ist altgriechisch und heißt auf Deutsch übersetzt Seepferdchen. Und dieses wichtige Seepferdchen, das ist deine Gedächtniszentrale. Und du musst dir vorstellen, die Amygdala und das Seepferdchen, deine Gedächtniszentrale, das sind direkte Nachbarn. Also die wohnen direkt nebeneinander und die haben aber im übertragenen Sinne immer Nachbarschaftsstreit. Denn wenn die Königin zu laut läutet, dann schafft sie es, deine Gedächtniszentrale lahmzulegen. Wenn wir es aber schaffen, die Gedächtniszentrale immer wieder zu aktivieren, dann schaffen wir es, die Königin nicht ganz laut läuten zu lassen. Und genau darum geht es. Gebe deinem Seepferdchen, deiner Gedächtniszentrale immer wieder Bewegung. Gib dem ein ganz großes Meer. Lass es schwimmen in Form von Wasser, das du trinkst. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Aber vor allem die Bewegung. Und das ist das, was ich für dich mitgebracht habe. Verschiedene Möglichkeiten, um dein Seepferdchen schwimmen zu lassen. In Form einer Bewegung, in Form einer Konzentrationsübung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Mach mit. Es wird dir und deinen Seepferdchen gut tun. Das ist das, was ich für dich mitgebracht habe.